und damit herzlich willkommen zu einer kleinen folge minecraft oh gott ich kann mit der kamera nicht klar ja leute ich und der ben sind hier in der minecraft welt gelandet du kannst auf steuerung zoomen mein gesicht ich weiß hier das ist der band mit seiner fetten golem nase alter und seinen augen die nach außen schielen das war ein cooler minecraft skin von früher von minecraft pe den hatte ich immer auf dem handy den skin deswegen habe ich mir jetzt auch auf dem pc darauf gemacht den sieht man aber irgendwie nicht aber wir sind hier in minecraft leute denn durch die ganzen menschen und alles ist mein kopf ist wieder einigermaßen beliebt sage ich mal und das spiel jetzt wieder alle deswegen dachten wir uns da müssen wir nachmachen machen wir auch wir werden jetzt daraus kein projekt machen oder so wahrscheinlich außer ich hab bock darauf dass wir ja die ganze zeit maincraft spielen aber jetzt gerade ist es ohne eine ameise ist jetzt gerade bist du dumm wenn jetzt gerade ist es nur eine sonstige folge aber wenn ihr sagt oh ja wir hätten bock auf minecraft projekt dann können wir ja mal gucken wir müssen wissen wir haben halt auch mods drauf ja also wir haben jetzt einmal den orsbon mod wovon die meisten kreaturen sind die herumfliegen oh gott die biene lassen mich in ruhe dann haben wir noch ein paar kleine mod shader und halt optifine so damit es halt ein bisschen nicer aussieht ich bin so weit weg gespawnt von dir ach da bist du viel zu stark renn weg oh gott man redet ja hier auf doppel wie ihr müsst wissen wir haben seit ewigkeiten kein minecraft mehr gespielt das ist wirklich seit ein paar jahren haben wir aber ich habe mir gespielt ganz früh auf unserer kanal der benen projekt angefangen das gmg adventures glaube ich weil der ben heißt halt galaxy mega golem in minecraft cool wenn also ich baue jetzt mal holz ab und ja also jetzt gerade seht ihr es noch einer sonstigen folge wir versuchen jetzt einfach mal keine ahnung einfach wieder ein bisschen in minecraft reinzukommen und ein haus zu bauen aber wie gesagt wenn ihr jetzt sagt oh ja wir wollen eine minecraft serie dann können wir uns mal überlegen ob wir vielleicht mit media oder so oder halt auch einfach zu zweit eine minecraft serie machen ein paar mods drin weil ich finde mein kraft vanilla ist ziemlich langweilig ja mein kraft ohne irgendwelche mods mein kraft auch auf servern wird für mich ziemlich schnell langweilig mein kraft ist einfach ich bin nicht so ein minecraft fan ich weiß auch nicht warum ich finde mein kraft ist ein sehr langweiliges spiel so das ist einfach nicht so meins aber mit mods und ein paar kumpels survival oder so hast du die eule gerade auch gehört sein ich habe einen vogel gehört so hier ist eine ameise kriege ich von dir irgendwas wenn ich xp wenn man eklig kann man ja kraften er stimmt also wie ging das noch mal alles so und dann crafting bench gut ich weiß die ganze rezepte vielleicht noch was mache ich mir denn jetzt überhaupt erst mal stöcke und dann also ich kraften bench ach so so ging es nicht schade ich dachte das konnte man schon ich mache jetzt erst mal stöcke ich mache jetzt erstmal spitzhacke und eine axt so dann sollte das ja schon einigermaßen schneller gehen mit dem holz abbauen da hole ich auch gleich stein übrigens falls ich wundere warum ich jetzt drop tv heißt ich habe mich eigentlich schon unbenutzt zu glx rnb so wie ich auch jetzt in teilen voll und so heißt aber lustige story hier mir wurde mal mein kraft account geklaut kann man sagen denn ich früher hatte ich eben diesen mein kraft account und jemand aus also habe ich aufgehört mein kraft zu spielen hat das auch irgendwie erzählt dass ich halt jetzt kaum noch mein kopf spiel und irgendein kumpel aus der schule hat dann gefragt ob er mir den mein kraft account abkaufen kann habe ich gesagt ja keine ahnung ich weiß ja meine anmeldedaten nicht mehr weil ich die bis dahin vergessen hatte aber irgendwann hatte ich anscheinend mal mit denen über mein anmeldezeug geredet und der hat anscheinend irgendwie sich mein passwort gemerkt ich weiß auch nicht woher es wusste aber irgendwann habe ich das anscheinend mal gesagt für meinen minecraft account und ja nachdem ich dann kein eindeutiges jahr gegeben habe hat er sich gedacht ja dann nehme ich mir den minecraft account doch einfach und jetzt hat er sich zu seinem namen let's drop tv und das er kommt jetzt meine anmeldedaten wieder im kopf gehabt weil ich mich jetzt ja wieder hier angemeldet habe wie ihr seht und ja jetzt ist wieder mein account du musst übrigens mal gucken ob irgendwas ist explodiert ich weiß ja wenn man wenn man die zerschlägt dann kriegt man emerald aber irgendwie treffe ich die hitbox nicht kann ich auch doch die ganz unten bei denen ich habe kein doch ich habe ein goldene uranium da geht habe ich bekommen lass mal wenn wir können rosen sammeln ich glaube hier gab es doch diese mannschaft girlfriends oder was das war die wir haben aus dem die konnte man mit rosen beschenken dann waren die so dein haustier ja dann ist ja schon haus oder wo was da einziehen naja ist das für ein haus muss aber rein muss übrigens gucken ob das von dir geht mit ausschüttern sind sporn und ratten ratten was auf wir müssen uns erst mal schwerter machen und geister werden geister pass auf tun geister ihr schwert ich nicht warte ich gehe mal zu unserer kraft in banjo kraft in den schwert übrigens 1 war also jetzt flüssig bei euch läuft oder nicht aber es sollte einigermaßen flüssig laufen hoffe ich doch so was er hatte so und dann boom und dann so steht die ratten warte ich komme gleich wenn die töten mich machen schwert ich komme ich kann man rette dich nein muss länger werden sind zu stark wo sind die ratten da steht die wespen was auch ratten was machen die für ein geräusch wenn man die töte wie sponschbob irgendwie wir sagen furz geräusch der eines vornas weg ich baue den zwar noch für die geister hast du mein zeug weggenommen du hast du den xp eingesammelt glaube ich nein meine axt und so ist weg hast du hier ich habe nur die schaufel gut was ist hier dann und ein eisenschwert alter steinschwert haben und bett wir können hier gleich einziehen ja alter ist ja mega geil bei geister könnt hier weg gehen das ist das irgendwie sind die sporn die mir einfach ein oder ja das ist einfach hier hatte ich mache ein bett rein dann ist das jetzt unser haus das gehört jetzt unser mal ein paar fackeln rein dass sie keine gegner spawnen können zwölf uhr mit der nacht ich klicke einfach durch ich habe auch ein eisenschwert unser haus wurde rein weggesprengt 32 fackeln mein meint schafft girlfriend ist hier ich habe mir jetzt einfach ein girl friend ich habe sogar eine rose hoffentlich ist die die hier fresse rose so komm her ging das so ja wenn ich habe habe ich jetzt eine freundin hallo wo bist du da ich glaube schon die kann vielleicht mit den kann man wenn das mal lassen wir lassen wir den kann man noch schwert angeben und so recht mal wenn du sag alter schlägst einfach hier ja guck jetzt hat sie eine spitzhacke ich glaube wenn wir sie jetzt mit rosen füttern kriegt sie wieder mehr leben warte ich nehme unsere ganze was machst du mir und über dings weggesprengt ja da war ein creeper ja so kacke ist wenn jetzt haben wir eine freundin alle die kämpft jetzt mit uns also hier ist das steak für dich ich pings mal kurz pings ist ja das ist ja schön bei ameisen sie wollen die steak clown spiegelung übrigens sorry dass das wasser hier so kuppig aussieht aber was damit los ist lecker und ich bin jetzt eh voll aber egal so dass ich habe auch ziemlich viel ich habe wieder nämlich so ein spawndings gefunden hatte nein nix droppen jetzt haben wir zwei dings und eine truhe habe ich auch eine zweite wir können eine doppeltruhe machen was meine spitzhacke steinspitzhacke wir brauchen metall oder so dass einfach mal rausgehen und irgendwas suchen mit meinem ane warte ich mache kurz ein holzschwert für die ich habe ein bogen vom skelett ja hier wo bist du was sie die sie jetzt anders aus was so wenn ihr wasser ist zitieren bikini an und hat dann plötzlich rote haare das ergibt sinn okay dann lass einfach mal gehen und wird er zu nehmen die schießt pfeile aus ihrem schwert gut lass mal mit der irgendwelche viecher schlachten okay als schafe eigentlich aber wir brauchen noch ein bett für dich schafe schlachten wir sind keine kühe auch über kühe greift die glaube ich nicht an ich glaube die kraft nur mobs an er ist gut die kann es verteidigen was kriegt man von den schmetterlingen nicht nichts wurde angegriffen von irgendwas ja von mir die soll es mal hinterher kommen oder und das ohr irgendein erzben hier ist sandstein asian dried dragon spawn egg ich habe ein altes getrocknetes drachens borne mal lecker aber können wir uns aus dem dragon spawn eggs machen oder was ja glaub schon aber du bist du ach da hinten muss dann das vielleicht irgendwie an feuchten oder so weil es ja getrocknet ist dass wir so ein wassereimer mit dem dings dann können wir daraus drachen kraft obwohl wo bist du hier ist dann war kasua diese vögel darf aber gruselig hast du den eimer mitgenommen hier ist eine biene wir sind zwei also ja wo bin ich denn wo bist du ich bin jetzt gegenüber von diesem strand auch wenn man die töte kriegt man chicken dings ich töte die wo bist du mein geld das sei übrigens mein geholfen was du gesehen hast glaube ich ach stimmt ich habe eine karte das vergesse ich die ganze zeit ich bräuchte vielleicht noch mal essen denn bist du blöd hier waren hier war schon ein bett drin in der truhe es hast du doch mitgenommen ja bei einem anderen taus da ja ich weiß ja trotzdem nicht wo du bist ja beim haus ja ich weiß nicht wo das haus ist wo blöd irgendwie auf der anderen seite der insel da sind mehr girlfriends im wasser ruf ich sehe schon ohne irgendeinen gefährt oder so wird es schwer in minecraft irgendwas zu finden aber da ich sehe ein haus auf der karte scheint unser haus zu sein ja ich sehe dich auch auf der karte hast du es noch ein golfer meister ja ich will es hier wenn ich gibt dir rosen nimm es willst du alle greift ihn nicht an das ist jetzt auch freund brauchst du ja nur eine oder so dann kraft immer ach du hast schon bett wenn das gut wir haben sogar ein double chest so jetzt geht es auch der dein schwerter du einfach ein schwert in die hand nehmen der reich auf er machen so warte jetzt werde ich was ausprobieren kann ich jetzt können wir daraus jetzt bornex machen wenn wir das bevor ich war essen ich habe noch ein halbes leben da und die chickens die brate ich jetzt weil es bringt dann mehr ja wenn man sie roh ist dann ich habe eine vergiftung echt ja so war sie jetzt ausprobieren will geht es wenn wir jetzt sowas machen ja es funktioniert wie ein drachens born bin mach warte was haben wir noch salz ich habe noch ein agent dried river warte oder doch die kraft ich mir jetzt und ihre einmal werden dabei aber ich fand auch uns dann tötet ja ich bin ja nicht ich habe mir nur gekrautte hier und hier ist auch noch mal das habe ich gesammelt was hatte hatte ich habe noch ein creeper spawn was ist das alles so wir haben einmal warte drei b nebis brauchen wir nicht seffa drum was waren seffa drums die kennen die ladung er sporn sporn und ich habe noch ein creeper ja gut dann mache ich mir noch ein creeper glaube ich nein so genau so jetzt habe ich ein paar sporn ex also in rufe glaube ich sporn ich nicht dragon und seffa drum würden mich mal interessieren aber ich glaube die sind auch zu stark als dass wir die irgendwie töten könnten oder so mach ich tue mal erst mal alles von mir da in die kiste damit damit wir uns die ankommen können ok tu auch mal einfach alles in die kiste rein außer vielleicht ein schwert oder so dann gucken was die ganzen viecher an so unsere girlfriends kommen auch mit später was zuerst den dragon oder seffa drum was das alle angreifen ich glaube nicht der ist aber passiv das ist gut dann lass den erst mal vielleicht kämpft er gegen den drachen ja doch ach das so ein winziger drache die sind beide passiv anscheinend vielleicht kann man ja zählen aber wie man kann sogar weiß nicht hast du chicken oder so hol mal was ich will denn ich will den seffa drum ich bin kann man nichts warte ich hole ein bisschen essen oder warte vielleicht hier kuhfleisch gibt mir mal fleisch danke gibt mir auch mal was ab das sind nur zwei ich probiere mal ob der das frisst also er hat es gefressen aber er ist weg geflogen vielleicht kann man die zählen die dings greift ihr dann also die fressen fleisch also der drache zumindest ich weiß nicht wie es mit dem seffa drum aussieht na dann hole ich mal hühnchen vielleicht kann man sich die erzählen wer weiß hier ist cool wir haben noch nur wenn du willst nein den machen wir nicht alter hühnchen fleisch so was habe ich denn noch noch im seffa drum habe ich und wir hätten noch bis aber von dies fliegen ja auch schon so genug rum deswegen war kein biel ja ok ob der ich komme ob der seffa drum ist ja ich habe ich bereite auf dem tächt jetzt ja geil hey wort dann hole ich mir auch ein seffa drum der ist ja viel einfacher nein 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 du musst einfach nur oft darauf gedrückt halten was mit dem hühnchen ja wie hast du den jetzt gefüttert keine ahnung ich hatte den und ich habe alle gefüttert sehen ich habe nur sieben und ein fork nein hol den drachen weil dann habe ich das gleiche drache ja ich spawne einfach vielleicht kann man alles davon zählen spaw man ripper aber der drache ist ja weg ja ich weiß auch nicht wo er ist ja mega geil also leute schon recht bockig eigentlich so wurde zu diensten nein mein girlfriend warum rennst du mir den weg wenn ich eine schmetterling töten will ist hier ganz viel ausbauen alter man kann da so schnell über die map fliegen ja deswegen will ich ja ein haben weil es ist gut dass du davon zwei geholt hast so jetzt erstmals dafür wir können uns ein bohle machen denn ja hol dir mal kürbisse ich habe jetzt ins ok na ich weiß aber nicht ob der abhaut ist erfahrt wenn man runter geht ja und jetzt um ja halt dann drauf recht hier halt rechtsklick aber wo muss dann ja auch den frist kann hühnchen bei mir bei mir schon ich habe auf seinen kopf wo bist du da jetzt er hat herzchen ich reite auch auf dem alter wo bist du bei unserem haus hier schon wieder etwas explodiert sowie steige ich in die luft aber bist du dem warte ich muss er fünf machen das war sonst nicht heißt also kommen fliegen immer zu dem bär mega geil da oben steige ich denn in die luft da drückt irgendwelche ärzte oder was ist das kühe ja mega geil leute wie steige ich denn in die luft wenn er nach oben gucken nach oben gucken das ist ja umständlich er ist ja mega geil jetzt schon wieder wenn bei den bergen warte ich ich komme zurück ach da bist du ich sehe dich doch hinter dir bin ich gerade ich sollte vielleicht auch er ist richtig cool so können wir aber irgendwie land allerdings nicht angreifen der saftraum rechtsklick steuerung auch nicht cx wir sind hier nicht in a seils wir brauchen mehr zeug wir brauchen mehr kreaturen ja pflegen wir mal guck hier sind diese kühe da auch hier habe ich gesehen naja wo ist der dungeon nach irgendwo in die richtung von unserem haus kriegen wir mal hier lang leute ich würde sagen das war's mit dieser folge sonstiges von minecraft einfach nur mal wieder ein bisschen modded minecraft nein oh gott nein was zum ende noch schön sterben da ist eine wespe und die tötet mein zephyr drum wenn er nicht angreift greift mal an zephyr drum aber ja leute das war's mit der mit der vielleicht ersten folge minecraft wer weiß wenn ihr wollt können wir noch mehr machen oder es bleibt einfach ein sonstiges schreibt einfach mal rein was sie von meinen minecraft projekt haltet wenn dann natürlich modded wahrscheinlich ungefähr so wie ja ja hat es euch gefallen oder nicht wenn ihr das daumen nach oben da teilt es mir mit euren freunden und dann würde ich sagen wir sehen uns hoffentlich in einem anderen video wieder tschüss bene letzte worte wie steigt man vom safatraum ab gute letzte worte bis dahin 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 bis dah